Nach der Hochwasserkatastrophe in Russland und im benachbarten Kasachstan haben die kasachischen Behörden damit begonnen, die künstlichen Dämme zu sprengen, um Kanäle zu öffnen und das Wasser ins Kaspische Meer fließen zu lassen. Damit soll der Wasserstand in den überschwemmten Gebieten gesenkt werden. Lokalen Medien zufolge stehen in dem Gebiet immer noch mehr als 3000 Häuser unter Wasser. Etwa 100.000 Menschen in Kasachstan wurden evakuiert, mehr als 7500 Menschen, darunter das Militär, errichteten vorübergehende Barrieren.